Werbung ist längst nicht mehr nur Werbung. Werbung ist Kunst und damit ganz herzlich willkommen zur zweitletzten Sendung aus unserem Best-of-Special. Wie bereits Lauthals verkündet, hat die Werbebranche einen immensen Fortschritt gemacht. Das Niveau ist enorm hoch und immer wieder werden Konsumenten eingefangen. Auch die AOC IGP hat in Zusammenarbeit mit der Kommunikationsagentur Vapico ein kleines heimliches Piece of Art geschaffen. Musik 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 Das war's für heute. . Gut, und dann noch mal schnell. Langsam, jetzt ist es mir eben zu schnell gegangen. Was machst du jetzt? Jetzt muss ich es aufhängen. Ah, das auch mal. Okay. Schnell, so. Hopp, drück noch mal. Nein, ich will ... So. Ich mache es so ein wenig. Okay, es läuft. Gut. Achtung. Warte noch schnell. Oh, ich muss noch schnell ... Und dorthin hast du fast kein Licht. Also, wenn du jetzt schnell machen kannst, ist es super. Ja, voll schnell, ja. Okay, ist gut. Okay. Willst du noch mal Hunger rüber? Ja. Ich mache es so, wie ich nicht, jetzt bis jetzt. Ich nehme mich an. Ja. Okay. Das war ja so. Also, du hast du mit dir, ich hör mal familiar. Ich habe mich zu ihm. Ich mache es bei dir. Ich mache mich. Ja. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Zu diesen Impressionen direkt aus der Côte d'Azur möchten wir euch heute in der Rubrik aufgefallen, einen von den Gewinnern 2011 präsentieren. Diese Biermarke ist bekannt für Top-Werbung. Ich wünsche viel Spass mit Heineken und ihrem Goldspot, The Entrance. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit dem glamourösen Auftritt vom biertrinkenden Saubermann verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Wir wünschen weiterhin gute Unterhaltung mit dem Werbeblock und freuen mich euch auch nächste Woche zu der letzten Best-of-Ausgabe von Die Werbewoche begrüssen zu dürfen. Tschüss zusammen. Dieses Jahr... Deine Welt, Deine Welt, Dein Bier, das neue Cardinal Draft als mildes Original und erfrischendes Lime Cut. Deine Welt, Deine Welt, Dein Bier, das neue Cardinal Draft als mildes Original und erfrischendes Lime Cut. Da im Laden spielt sich etwas Unglaubliches ab. Die King of God! Im Führer God! Curry King, die 8 Micah Currywurst mit extra Currypulver und Holzkabbeln. The King of Currywurst. Ich komme! Chancen sind zu wichtig, um sie zu verpassen. Hier kommt die neue Generation von Chevrolet. Sichern Sie sich jetzt den neuen Chevrolet Aviio 5-Türer ab einmalig günstigen 16.990 Franken. Nutzen Sie Ihre Chance. Chevrolet, make it happen. Pick the house. The New York Crispy. New York Crispy. Nuvorote Teat. Jetzt bin McDonald's. Das ist Liebe. How will you do it? Definitely don't be yourself. Seriously? It's like you're photoshopped. Crazy Stupid Love im Kino. Das ist gut, aber kein Alkoholfreis. Kann dir mal vorkommen. Ist bestimmt der erstes Klausthaler. Kann dir mal vorkommen. Klaus Thaler, das Bier unter den Alkoholfreien. Die Neuigkeiten, die wir austauschen. Die großen Momente, die wir teilen. Die guten Verbindungen, die wir pflegen. Und die schönen Stunden, die wir gemeinsam erleben. All das, was uns verbindet, gibt es jetzt in einem Paket. Vivo Dutto, mit Swisscom TV, Internet, Festnetz und Natel. Un irresponsable, incapable, un coupable, comportement inexcusable. Une nature bousillée, un monde de CO2. Est-ce vraiment le futur qu'on voulait construire pour eux ? Ça commence par le respect, est l'une des choses à faire. C'est un commerce équitable pour eux, nous et notre terre. Les grands discours c'est bien, mais les petits gestes c'est mieux. La différence on doit la faire aujourd'hui, car on le peut. Deut. Hola. Ciao. Vielen Dank.